Und da sind wir wieder. Hier ist Neuland, der Wissens-Podcast vom Hasso-Plattner-Institut. Herzlich willkommen. Mein Name ist Leon Steebe und es geht heute um Cube. Ein Projekt, das hier am HPE entstanden ist und jetzt das Lernen in Schulen neu denken will. Mit Cube können Lehrkräfte digitales und analoges Lernen miteinander verknüpfen und mit Unterrichtsstoff, zum Beispiel in den Bereichen Musik, Technik, Design oder Robotik verbinden. Das ist ein Software-System, das es möglich macht, Schülerinnen und Schüler von der Idee bis zum anfassbaren Prototypen mitzunehmen. Und das innerhalb einer Schulstunde. Entwickelt wurde Cube am Fachgebiet Human-Computer-Interaction von Professor Patrick Baudisch. Und ich freue mich sehr, heute ist er mein Gast. Schönen guten Tag, Herr Professor Baudisch. Ja, schön, dass ich dabei sein darf heute. Danke. Herr Baudisch, nehmen wir mal an, Sie müssten es einem Kind, einem Jugendlichen erklären, der davon noch nie gehört hat. Wie würden Sie dem Kind Cube erklären? Also normalerweise erkläre ich das gar nicht unbedingt, sondern wir probieren das gemeinsam aus. Die erste Übung ist im Allgemeinen was Einfaches zu bauen. Wir haben da verschiedene Elemente mit drin. Und dann ist die erste Frage immer, was habt ihr denn für ein Gefühl, woran das erinnert euch das? Und es dauert dann meistens nur ein paar Sekunden, bis jemand drauf, Minecraft. Minecraft ist natürlich ein ganz populäres Videospiel, aber es ist auch gleichzeitig irgendwie so ein Teil des Massenbewusstseins, dass man durch Aufeinanderstapeln von Elementen irgendwie was Großes schaffen kann. Und das funktioniert bei uns genauso. Also das heißt, es geht los, man kriegt ein Stück eine Herausforderung, sagt, okay, wir fangen jetzt mit was Einfachem an. Wir machen manchmal einen Gitarrenständer oder sowas. Und dann wird zusammengeklickt und dann drückt man fertig. Und dann kann man das zum Beispiel schon exportieren, auf eine Maschine rausschicken und dann klickt man es geschnitten und dann hat man ein Objekt. Ein Objekt. Das heißt, was ist denkbar als Endprodukt? Also was kann ich produzieren damit? Das ist eine gute Frage. Das Endprodukt meiner Meinung nach ist letztendlich der Lernende in dem Fall oder die Lernende. Das heißt, es gibt einen Haufen Sachen, die wir machen könnten, aber wir haben uns vor einiger Zeit entschieden, damit in den Bereich des Lehrens und Lernens zu gehen. Und das Wichtigste, was bei der rauskommt, ist, dass die Lernenden verstehen, dass man sie digital abholen kann damit und dann hinführen kann zum physischen Bauen und dabei eine ganze Menge von Lerninhalten mit verknüpfen kann, sodass man einen Anreiz schafft, sich mit diesen Problematiken zu beschäftigen, weil es eben einen direkten Ausgang gibt. Das ist ja immer die Herausforderung beim Lehren. Im Prinzip, wir haben in der Schule alles mal gehört, aber wir haben uns nicht alles behalten. Es war auch nicht immer klar von Anfang an, ob es sich dann für uns lohnen würde, das zu lernen. Haben es dann vielleicht auch vielleicht nicht gelernt. Was hier passiert, ist, alles hat Konsequenzen. Also alles, was ich tue, führt dazu, dass ich hinterher das Objekt, was ich am Ende dabei, das physische Objekt, was ich produziere, es kommt anders, je nachdem, wie ich mich entschieden habe. Und es gibt der ganzen Sache eine Bedeutung. Und deshalb glaube ich, es ist unser neuer Vorschlag, wie Lehren funktionieren könnte. Wie sind Sie, wie sind Ihre Studierenden darauf gekommen? Na, angefangen hat das Ganze in der Forschung. Also das Hasso-Platten-Institut ist natürlich ein bekanntes Forschungsinstitut. Das heißt, wir bei uns im Fachgebiet beschäftigen uns mit, ja, mit dem physischen Bauen. Vielleicht zwei Sätze dazu. Also wenn man sich anschaut, wie interaktive Systeme angefangen haben, wenn man jetzt mal 100 Jahre zurückgeht oder 80 Jahre zurückgeht, dann haben Computer angefangen, das ist mit einer Handvoll Schaltern, ja, und einem Knopf daneben, mit dem man sagen könnte, das ist jetzt, ich habe jetzt hier diese Daten gespeichert. Dann kamen fantastische neue Ideen wie Lochkarten dazu und also die Idee, da eine Schreibmaschine dran zu hängen und solche Sachen. Dann kam in den, naja, sag mal 60ern oder 50ern im Prinzip kam die Idee mit dazu, zweidimensionale Oberflächen zu haben, mit denen man zum Beispiel mit einem Touchscreen oder später mit einer Maus arbeiten konnte. Dann im Prinzip auch schon aus den 60ern die Idee, dass das Ganze dreidimensional sein könnte, was jetzt als virtuelle Realität gerade massenfähig wird. Und die Frage ist aus der Forschungssicht, na, was kommt denn danach, nach 1D, 2D, 3D? Und wir für uns in dem Fachgebiet Human Computer and Reaction beim Husser-Platten-Institut haben uns das so beantwortet, dass wir sagen, wir glauben als nächstes kommt die Interaktion mit physischer Materie. Das heißt, wenn ich von irgendwas einen Scanner und einen Drucker habe, also einen Lochkartenleser und einen Lochkartenstanzer oder eine Maus und ein Display oder, dann kann ich im Prinzip ein System bauen und das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, angefangen hat das Ganze als eine längere Sequenz von Forschungsprojekten mit den Mitarbeitern zusammen, mit den Mitarbeiterinnen, die jetzt, viele von denen sind auch Professoren inzwischen an der Cornell University, am MIT, University of Chicago, die da alle mitgearbeitet haben an diesen Forschungssachen. Und irgendwann haben wir gesagt, naja, irgendwie, es fühlt sich so an, als, wie soll ich das sagen, ich denke manchmal an das, es gibt so eine Fernsehsendung, die ich nie richtig geguckt habe, aber die heißt The Wheel of Fortune. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bei dem Wheel of Fortune gibt es so eine Situation, wo man kann entweder neue Buchstaben kaufen oder man kann auflösen. Und irgendwann hatten wir plötzlich das Gefühl, wir könnten auflösen. Wir haben das Gefühl gehabt, wir sehen irgendwie alle Buchstaben. Wir wissen, wo es lang geht. Und das war ein ganz toller Moment. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht ist das der richtige Moment, jetzt hier aufzulösen. Und das versuchen wir gerade. Und das sind vier Buchstaben, Cube, daraus geworden. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, also konkret in der Schule? Also was ist ganz am Anfang? Stellen wir uns mal so die erste Schulstunde vor, wo vielleicht Cube vorgestellt wird. Was passiert da? Na, wir haben das gerade jetzt gemacht an der Gesamtschule in Teltow, der Grace Hopper Gesamtschule. Und das erste, was ist eigentlich relativ kurz. Also es ist, wir haben früher immer das Gefühl gehabt, wir müssen viel erklären. Das machen wir inzwischen eigentlich gar nicht mehr unbedingt so, sondern... Weil es die Kids schon ein Wissen oder ein Gefühl dafür haben? Ja, genau. Also wir gehen relativ zügig da ran. Die Kids generell sind sehr offen der Idee gegenüber, dass man was Digitales macht. Und setzen sich da ran. Also wir haben jetzt mit einer Handvoll iPads angefangen. Oder in der anderen Klasse haben wir mit einer Handvoll Desktop-Rechner, mit ein paar Macs angefangen. Ist egal, läuft auf den ganzen verschiedenen Plattformen. Und im Prinzip lockt man sich ein, dann kommt die erste Herausforderung. Also es gibt immer so eine Sequenz von Herausforderungen, die man lösen muss. Und dann klickt man sich durch eine gewisse Menge von diesen Herausforderungen durch. Und die fangen dann immer mehr der Sache zu ähneln, die man am Ende haben will. Also zum Beispiel, wir haben jetzt in dem Fall was Einfaches gebaut. Eine einfache Art von Trommeln. Aber zum Beispiel, wenn man Gitarren baut, dann fängt man halt mit etwas Einfachem an, wie ein Monochord, eine Seite aufzuhängen. Und arbeitet sich schrittweise vorwärts, bis man dann zu dem Objekt hinkommt, was man wirklich bauen will. Aber das Ganze passiert im Prinzip geschlossen digital. Und dieser Umstieg auf so, jetzt machen wir das mal in der physischen Welt, der kommt dann in der nächsten Stunde. Mhm. Das heißt, wenn sich eine Klasse für ein Produkt dann entschieden hat, also sie sagt, wir bauen jetzt so eine Trommel, wie geht das dann weiter? Also was passiert dann? Was als nächstes passiert ist, dass wir uns mit den Lehrern zusammensetzen. Das heißt, wir haben verschiedene Inhalte entwickelt mit den Leuten von der Grace Hopper Gesamtschule in Telto. Der Nico Gregory ist da, der die Hauptbefürworter, der das nach vorne gepusht hat mit uns zusammen, mit dem Schulleiter Alexander Otto zusammen. Und dann haben wir uns zum Beispiel, eine Sache war eine Zeitkapsel zum Beispiel. Also die Telto haben ein neues aus diesen 20 Einzelteilen. Und dann haben wir das gemeinsam diskutiert. Wie können wir das zerlegen in verschiedenen Herausforderungen für die Lernenden? Wer macht genau was? Wann machen wir noch, üben wir noch Skizzieren zwischendurch? Machen wir KI mit dazu? Und also haben das relativ lange diskutiert. Lange heißt in dem Fall zwei Wochen. Und dann sind wir einfach eingestiegen und haben das mit den Lernenden zusammen gemacht. Das klingt so einfach. Für mich ist so der spannendste Kniff dabei, wenn es tatsächlich zum Übergang in die physische Welt kommt. Also in dem Fall, wenn Sie jetzt eine Gitarre bauen oder diese Trommel, der Lasercutter, der dann zum Einsatz kommt. Ja genau. Also ich habe es ja vorhin erwähnt, im Prinzip, wenn man mit Computern umgeht, dann gibt es immer so ein Verbindungsstück. Man braucht also irgendwie was, was die physische Welt in die virtuelle Welt rüberbringt und dann was die virtuelle wieder in die physische Welt rüberbringt. In unserem Fall ist das ein Lasercutter. Also das kann man sich, ist im Prinzip eine schnelle Laubsäge, wenn man so will. Ist wirklich auch nichts Spannendes dran. Ist in den 60er Jahren erfunden worden, das Ding. Und kann man sich so vorstellen, das ist einfach nur eine große Kiste. Da ist ein Arm drin, der sich in zwei Achsen bewegen kann. Also vor, zurück, rechts, links. Und da kommt vorne ein Laserstrahl raus und der schneidet was durch. Aber im Prinzip ist es auch nicht anders als das Ganze mit einem, da könnte vorne ein Bohrer dran sein, ja, für eine Fräse oder sowas. Das würde genauso funktionieren. Der Grund, warum wir einen Laser verwenden, ist, weil der sehr schnell ist. Wir finden das Ergebnis sehr schön. Man kann natürliche Materialien benutzen und man muss das Werkstück nicht festhalten. Das heißt, man legt das Werkstück einfach, also das Material einfach rein und die Maschine macht los und dann ist es fertig. Also es ist eine ganz einfache Sache. Es ist auch sicher. Es ist irgendwie, also im Gegensatz zu Sachen, wo gebohrt und gefräst wird, ist es ein extrem sicheres Gerät. Dann habe ich mehrere Teile und muss die natürlich dann zusammenbauen. Und da sind ja dann wirklich handwerkliche Fähigkeiten gefragt. Genau. Darauf muss man ja Kinder und Jugendliche auch vorbereiten. Ja, genau. Das ist ja im Prinzip für uns die, mit die Zielsetzung, ja, die Kids digital abzuholen, ist geschenkt. Ja, die haben ja alle extrem viel Erfahrung bereits zu diesem Zeitpunkt mit digitalen Geräten. Die haben auch sich schon entschieden, dass sie Lust darauf haben. Und jetzt ist es so, und sie haben bereits in ihr Objekt investiert. Das heißt, sie haben bereits einen Entwurf gemacht. Das ist ihr Entwurf. Der ist weltweit einzigartig. Den gibt es nie, hat es nie gegeben, wird es nie wieder geben. Und jetzt treten wir sie ran und sagen, so, jetzt ist die Gelegenheit, das hier Wirklichkeit werden zu lassen. Und na klar, da werden dann ein paar Werkzeuge eingesetzt dabei. Da wird was geschliffen, da wird was zusammengeschreckt und geleimt und solche Sachen irgendwie. Das heißt, sie lernen jetzt eine kleine Menge von handwerklichen Fertigkeiten mit dazu. Aber ich würde sagen, das ist im Allgemeinen mit Begeisterung verbunden und läuft gut. Wir helfen, wir sind mit dabei, wir helfen mit dabei. Die Lehrer schauen ein bisschen mit rein, aber im Allgemeinen braucht es fast keine Assistenz dabei. Was ist das größte Learning für die Kids dabei? Ich drehe die Frage mal ein bisschen rum. Der Grund, warum wir es machen ist oder was wir wollen, was in den Köpfen passiert, ist die Einsicht, wie extrem befriedigend es ist, was für die physische Welt zu bauen. Wie schon gesagt, man muss ja dieses Erklären der virtuellen Welt braucht man heutzutage wirklich nicht mehr zu tun, das ist allen klar. Aber gleichzeitig ist es so, dass das Verständnis für die physische Welt manchmal nicht mehr so gegeben ist. Wir sagen manchmal im Spaß, wenn wir mit Lehrern unterwegs sind, sagen wir, naja, wenn in der Schulklasse mit 24 Lernenden, wenn davon nur 20 Influencer werden, reicht das vielleicht auch. Und das ist so ein bisschen unser Ziel. Also wir wollen bei den Lernenden die Idee anstoßen, dass sich mit der physischen Welt zu beschäftigen und was Physisches herzustellen, dass es einen ganz tiefen Sinn von, ein ganz befriedigendes Erlebnis sein kann. Und das schönstmögliche Ergebnis wäre, wenn wir die Lernenden ein paar Jahre später treffen, die haben sich vielleicht für eine Karriere entschieden, wo sie im Handwerk oder in der Industrie was machen. Und wenn wir sie dann fragen, warum habt ihr das gemacht, ist sie sagen, ja, ich habe da in der Schule ein Projekt gemacht. Und das hat mich dazu inspiriert. Darüber nachzudenken. Und ich bin heute sehr zufrieden dieser Karriere. Das heißt, Sie wollen so den Fachkräftemangel auch ein bisschen diesem Problem begegnen. Absolut, genau. Also ich glaube, dass das ist also in Berlin, glaube ich, wissen das alle und im Umland. Ich nehme mal an, im Rest der Republik ist es ganz ähnlich. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Wir haben einen riesen Mangel im Handwerk. Was schwierig ist, weil wir oft, also ich habe das auch ganz stark erlebt. Wir waren jetzt hier in der Uckermark unterwegs zum Beispiel. Die haben eine lokale Industrie. Die haben auch die richtigen Leute. Aber die richtigen Leute finden nichts zu den richtigen Jobs. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für uns als Gesellschaft, für die Politik, diesen Bezug wieder herzustellen. Wir hoffen, dass wir dann ein Teil beitragen können dazu. Dass diese Assoziation, ich könnte das tun, dass die geschaffen wird. Und ich glaube, dass es auf die Dauer für sowohl für die Lernenden als auch für das Umfeld, was drumrum ist, also Handwerk und Industrie, ganz wichtig ist, das wieder auf die Reihe zu kriegen. Es gibt in Deutschland interessanterweise eine große Menge von Individuen, teilweise Gruppierungen, teilweise Parteien, die darüber reden, ob das Abschaffen des Werkunterrichts bundesweit mit der Wiedervereinigung, ob das eine gute Entscheidung war. Und es ist natürlich schwer zurückzugehen. Es ist schwer zurückzugehen und zu sagen, wir wollen das wieder so machen wie in den 90ern. Das ist, glaube ich, auch politisch schwierig, das zu tun. Aber wir haben hier ein Konzept, wo wir denken, das so könnte Werkunterricht 2040 aussehen oder hoffentlich 2025. Das sowohl digital ist, aber trotzdem halt wieder diese Komponente mit zurückbringt. Und vielleicht ist das ja der richtige Schritt. Und die Lehrkräfte müssen ja dann auch ziemlich interdisziplinär arbeiten. Also die Musiklehrerin muss mit dem Techniklehrer zusammenarbeiten, Mathematik und so weiter. Das ist ja auch, glaube ich, in vielen Schulen noch ein neuer Ansatz. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen. Das ist Wahnsinn ist das Ganze. Wir haben das viel kleiner gedacht. Für uns ist das ganz spannend gewesen. Wir haben also den, vor einiger Zeit den, wie ich schon erwähnt habe, den Alexander Otto kennengelernt, der Schulleiter von der Gesamtschule in Teltow. Und das war ein ganz tolles Treffen insofern, dass wir beim HBI natürlich aus der technologischen Ecke kommen. Und der Alexander Otto hatte bestimmt Ideen, wie sich Schule generell verändern sollte. Einer der Elemente war dieses projektgetriebene Lernen, was wir, glaube ich, sehr, sehr gut umsetzen. Aber in seiner Gedankenwelt geht das noch einen ganzen Schritt weiter und Interdisziplinarität spielt eine große Rolle. So weit wäre ich gar nicht gegangen. Aber das ist genau, was gerade passiert. Also wir haben jetzt gerade diese fünf Termine in Teltow gehabt. Wir machen jetzt noch zehn weitere Termine in diesem Schuljahr. Und das Interessante ist, wir machen also nicht nur diese Termine, wo digital gestaltet wird, geschnitten, zusammengebaut, sondern die Teltow begleiten das mit fünf Fächern. Also Wahnsinn. Also das ist Werken mit dabei, Mathe, Physik, Biologie und Englisch. Und jedes von diesen Fächern begleitet inhaltlich ein Teil dessen, was mit dieser Cajon, mit dieser Trommel passiert. Also zum Beispiel in Werken ist, glaube ich, geradlinig. In Musik ist, glaube ich, auch relativ klar, was passiert. In Biologie wird Schallwellenabsorption durch das Ohr diskutiert. Im Englischen Gericht wird das dokumentiert. Ich finde das toll. Ja, das ist nicht mehr mein Werk. Das ist jetzt wirklich, das machen die Teltower mit unseren Sachen. Ich bin aber total begeistert, weil auf die Art natürlich für die Lernenden ganz klar gezeigt wird, warum lerne ich das eigentlich? Also wo, das hängt alles zusammen plötzlich. Und ich glaube, der Nutzen, also drücken wir es anders aus. Den Nutzen werden wir in, das ist ja noch ein Experiment, wir werden jetzt in zwei, drei Monaten werden wir sehen können und dann vielleicht sprechen wir nochmal natürlich, wie es gelaufen ist. Aber bisher ist es einfach erstmal, ist es fantastisch, ja. Und es ist bemerkenswert, dass die Lehrkräfte alle mitziehen, denn in vielen Schulen machen die Lehrer oft ja vieles für sich. Also man hat ja da noch so dieses Silo-Denken. Das ist wirklich was Neues und Sie haben den Eindruck, dass die Lehrkräfte alle mitziehen. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ob das jetzt repräsentativ ist, das kann ich nicht sagen. Also wir haben viel Zeit auch mit den Lehrkräften verbracht. Wir finden das ganz wichtig. Schule ist ja ein ganz mehrschichtiges Unterfangen. Das heißt, es geht ja von den Lernenden. Die Eltern spielen eine gewisse Rolle, die Lehrer, Schulleiter, Schulträger, ja. Die spielen alle eine große Rolle. Und für uns ist es wichtig, die alle abzuholen. Das heißt, wir haben eine gute Menge an Zeit auch mit den Lehrern verbracht und Lehrerinnen und haben mit denen auch Workshops gemacht. Das heißt, die haben selber erstmal die Sachen ausprobiert. Die haben selber Input geliefert dabei. Und na gut, bei uns kommt das alles aus einer Hand. Das heißt, wenn wir Ideen bekommen, wir setzen die um. Wir schreiben ja auch die Programme, um die es hier geht. Das heißt, wenn jemand von den Lehrenden das Gefühl hat, das sollte anders sein, dann hören wir da gut zu und sehen zu, dass die Software sich entsprechend verändert. Ab welchem Alter ist das eigentlich geeignet? Jetzt ist gerade der Podcast doppelt so lang geworden, weil meine Fokusgruppe ist natürlich meine Tochter. Und wir haben den ersten Stuhl zusammengebaut, als sie vier war. Das ist auch der Grund, warum es in Cube unheimlich viele Einhörner gibt. Und die Antwort ist, wir wissen es noch nicht genau. Wir haben jetzt, im Moment machen wir gerade flächendeckend die achte. Achte Klasse. Achte Klasse, genau. Die achte Klasse, fünfzügig, wie man das nennt. Wir haben zwischendurch mal Drittklässler gemacht. Wir haben aber seitdem neue Inhalte entwickelt, mit denen wir glauben, auch wirklich die Grundschule relativ früh abholen zu können. Das müssen wir aber noch testen. Wir haben da neue Materialien entwickelt. Auch wieder mit meiner Tochter zusammen haben wir angefangen im Lautsprecherbau, den wir eigentlich in der siebten gemacht haben. Haben wir auch schon mal was mit etwas weicheren Materialien, haben wir sie mitgenommen, als sie gerade in die erste Klasse gekommen war. Aber das wissen wir natürlich nicht. Das sind jetzt einfach hier so Familienerlebnisse. Und auch nach hinten raus, auf jeden Fall bis zum Abitur, wenn man das will oder halt bis zum, was immer der Abschluss ist. Irgendwann wollen wir mal eine erste Klasse machen. Mal gucken. Mir scheint, Sie haben zu Hause eine gute Testgruppe schon. Ja, sehr froh. Also es ist natürlich unglaublich viel Spaß irgendwie. Also Philippe hat, also der Stuhl steht da, hat er auch neben ein Kinderzimmer und auf dem sitzt sie drauf. Und wenn sie was aus dem Schrank braucht, dann klettert sie da drauf. Und ist halt auch mega stolz, dass sie das Ding selbst gebaut hat. Dass es ihr Ding ist. Ja, ja, genau. Es ist ihr Ding, genau. Das ist ja, Sie sagten das, es ist ja nicht nur eine Spielerei, sondern Sie denken das ja größer. Sie denken das auch gesellschaftlich. Warum es so wichtig ist, dass wir in den Schulen solche projektbezogenen Arbeiten machen und was das auch für die Gesellschaft bringt. Haben Sie denn den Eindruck, dass da genügend Interesse besteht für sowas? An der Schule, die Sie jetzt ja besuchen, auf jeden Fall. Aber gibt es die Nachfrage dafür? Also die kurze Antwort ist ja. Aber für uns war die spannende Frage, wie genau der Weg dahin ist. Wir haben am Anfang, haben wir diese Schule in Teltow kennengelernt und dachten, aha, wir machen das für und mit Schulen. Was ich damals nicht gesehen habe, das Projekt ist zustande gekommen über den Kreis. Der Schulträger ist der Kreis. Das heißt, da ist dann der Bildungsausschuss vorbeigekommen und dann der Finanzausschuss und so weiter bis zum Kreistag hin. Und ich habe das so ein bisschen über, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber was für uns eine ganz wichtige, vielleicht der wichtigste Moment war, ist, dass im Kreistag abgestimmt worden ist. Und der Kreistag ist komplett besetzt, ja. Von, von, also die Hauptparteien mit Linker, mit AfD, alle mit dabei. Und was ich interessant fand, ist, dass das bei der Abstimmung, dass es einstimmig angenommen worden ist. Es gibt ja, wir leben in einer Zeit, wo es ja nicht viel Einstimmigkeit gibt. Es ist ja nicht so, dass irgendwie links und rechts irgendwie viel gemeinsam hätten gerade im Moment. Und ich fand das, also was mich damals auch sehr positiv irgendwie überrascht hat, ist, dass offensichtlich bei der Idee, wir holen Lernende ab, wir zeigen Perspektive und wir machen das in einer Art und Weise, dass die lokale, das lokale Handwerk und die lokale Industrie da mit dabei sind, das fanden alle gut, ja. Und was bei uns die Schlussfolgerung war, ist, dass es offensichtlich eine politische Sache ist, die wir tun. Das hatten wir ursprünglich gar nicht so gedacht, ja. Und ich bin sehr gespannt. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche mit einem Europa-Parlamentarierer gesprochen, hier beim Asso-Platten-Institut, war der zu Besuch. Und das ist so die spannende Sache. Als nächstes Ziel wollen wir uns gerne mit Brandenburg beschäftigen. Hallo Herr Woidke, wenn Sie das hören, wir melden uns bei Ihnen. Und das ist so, wie wir sehen, dass es weitergehen muss, ja. Also wir sehen, ich glaube, die Politik ist letztendlich die, die hier eine Verpflichtung ist, diese Probleme zu lösen. Und wir hoffen, dass wir einen Baustein dazu beitragen können. Cube ist am HPE entwickelt worden, wurde erfolgreich ausgegründet. Was ist so Ihr Wunsch? Wohin soll sich das entwickeln? Ich glaube genau in diese Richtung. Also ich denke, wir haben das jetzt einmal exemplarisch gezeigt. Wir machen das jetzt noch mit drei weiteren Schulen in diesem gleichen, im gleichen Zusammenhang gerade. Und wir suchen jetzt so ein bisschen die Diskussion auf höherer politischer Ebene. Und da haben wir bisher, rennen wir immer nur offene Türen ein. Also das ist es, was wir uns wünschen. Wir hoffen, dass wir da einfach eine Rolle spielen können, diesen Dialog weiterzuführen und hoffentlich auch über Parteien hinweg. Und Sie haben heute auch einen Stuhl mitgebracht, die Gitarre. Wir werden das bei Social Media natürlich auch zeigen. Und wenn ich das so sehe, bin ich ein bisschen neidisch, weil es ist ja nicht nur was für junge Menschen, sondern vielleicht auch was für erwachsene Tüftler, oder? Wir sind ja erstmal alle selbst Ingenieure. Wir tüfteln natürlich selber gerne. Wir haben auch große Sympathien dafür. Und wir haben auch am Anfang einen sogenannten Beta-Test gemacht. Das heißt, wir haben 300 Leute, die sich dafür interessiert haben, eingeladen. Wir haben noch 1400 auf der Warteliste und haben das einfach mal ausprobiert. Am Ende ist es so, das war eine schwierige Entscheidung. Die hat viel damit zu tun, dass wir den direkten Bezug zur Schule bekommen haben damals. Und unsere Entscheidung war, statt noch ein Werkzeug mit zu veröffentlichen, was den Leuten, die sowieso schon Lust an diese Art von Arbeit haben, zu der ich mich natürlich auch zähle, hoffentlich meine Tochter mit dabei, ein Werkzeug zu machen, was die anderen 95 Prozent der Bevölkerung abholt. Und das ist, glaube ich, jetzt für uns das neue Ziel. Und ich bin sicher, dass wir die Sympathie von Tüftlern, die genießen wir auch, das finden wir gut. Aber wir haben uns die Latte ein bisschen höher gelegt, nämlich die Leute mitzunehmen, die vielleicht normalerweise sie sich nicht als Tüftler bezeichnet hätten. Und da geht es eben darum, das physische Bauen zu lernen in einer digitalen Welt. Ja, genau. Ich denke, wenn man ganz weit rauszoomt und sich überlegt, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Wir haben große gesellschaftliche Veränderungen. Die künstliche Intelligenz ist eine, über die wir gerade alle aktuell ganz viel sprechen. Es spielt alles große Rollen. Gleichzeitig ist es so, wenn man auf die Republik gerade schaut, wie eigentlich Deutschland im Wettbewerb steht, international, wie in Deutschland Steuern bezahlt werden, was historisch die Sachen sind mit den, ja, die Gelegenheiten, die es gibt in Deutschland. Da, glaube ich, ist natürlich spielt Digitalität eine ganz große Rolle. Und beim Hasso-Platten-Institut sind wir logischerweise die Vorreiter in der Digitalität. Gleichzeitig ist es so, jede große Veränderung hat Seiteneffekte. Die Idee zu sagen, als Gesellschaft, wir verändern uns hin zum Digitalen und dann sind wir da angekommen und alles ist so normal, das wird nicht passieren, sondern alles produziert Seiteneffekte. Also auf dieser Ebene verstehen wir uns ein bisschen als Spätfolgenabschätzung der Digitalisierung. Also wenn alles digital ist, dann wird sich was verändert haben. Wir müssen überlegen, was diese Veränderungen sind. Davon werden ganz viele ganz positiv sein. Aber es werden auch ein paar Sachen passieren, die wir uns nicht so gewünscht haben. Und das ist, was wir heute versuchen abzuschätzen. Also beim Hasso-Platten-Institut sind wir hoffentlich, so meine Hoffnung, ein bisschen näher dran an der Digitalisierung, ja, dadurch, dass wir ein rein digitales Institut sind. Und hoffentlich gibt uns das eine Chance, ein bisschen früher schon mal die Konsequenzen abzuschätzen und da mithelfen zu können, dass wir, dass die Digitalisierung gut verläuft. Das sagt Professor Patrick Baudisch vom Fachgebiet Human-Computer-Interaction hier am Hasso-Platten-Institut. Und Herr Baudisch, danke, dass Sie uns heute von Cube erzählt haben und danke für den Austausch. Ja, vielen Dank. Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stäbe. Im Mai hören wir uns wieder, dann gibt es natürlich wieder eine neue Episode. Und bis dahin wünscht das gesamte Podcast-Team am HPI eine gute Zeit und sagt Tschüss und bis ganz bald. ? Okay. So? 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 顏著 Come? So? So? So?